Ein Ford Transit-Sustum steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem großen schwarzen 5-türigen Windplatz. Der Venn besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Einparkhilfe, Bluetooth, Tempomat und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 6,4 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 41.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.